Ja, da sind wir wieder bei Arschloch Kong. Ping-Pong Kong, Creepers, Creepers, ach, mir egal. Oh, nee. Oh, nee. Ja, okay, das war's dann auch zu dem Level, dann gehen wir den nächsten. Ja, komm, gehen wir dann auf Keks. Ah! Ah, nee, das hatte ich. Oder? Das sind doch die Stumble, die Sterne. Ah, scheiße, das hab ich schon. Sag ich doch, ich hatte die Scheiße hier schon. Verdammte Kacke, Fotzen, Dreck, Scheiße, Müll. Ich krieg das fast nicht ohne Grund. Genau, ich soll damit die Ratte vernichten. Weil wenn eine Biene käme, würde ich mich dran... Ah, vorbeiglitschen! Ah, du sch... Ach, gehen wir dann auf den Sack, du Fass. Ist auch nix. Auch nix, okay. Ah, eine Ratte, oh mein Gott. Sie will mich ratten. So, das heißt, ab jetzt fehlt ein Bonus-Fass. Guck mal, was wir da finden. Nix. Nix ist immer gut. Boah, wenn ich dich seh, du Fass, Alter. Da ist nur die DK-Münze, gell? Voll an den Händen, der jetzt. Hau mal ab. Äh, 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 wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich? Patrick Starr, yeah. Äh, äh, na, 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 na. Oh, wechseln! Arschloch Kong. Okay, nix. Ah, okay. Ach ja, das war unsere Liebe. Nö, doch not. Ha, 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 ha. Ne, wenn dann so. Yeah, way! Krasse Scheiße, hab's gefunden. Pff! Pff! So, boah, kalt, Alter, hab der. Irgendwie ein Radar oder so. Nur weil eure Eltern Geschwister sind, müsst ihr mich jetzt nicht nerven mit oder so. Muss ich jetzt nochmal hoch oder runter? Machen wir uns mal runter. Jep. Ja, auch runter. Oh, das ist böse, Alter. Sollte ich es vielleicht jetzt auf Anhie packen? So, Drecksack, schwul, eigentlich noch wechseln. Weil ich glaube, die Kleine ist ein bisschen dünner. Was? Ach so, da kommt kein Seil mehr. Oh, fail, Alter. Ihr seid so Ratten zu mir, ey. So, jetzt aber. Alter. Ja, way! Ich bin in Fast und ich bin grün angeballt worden. Toll. Freu dich, Alter. Dann machen wir uns gechillter. Ihr könnt mich mal, ihr roten Fässer, Alter. Ja, ich hab alles hier. So. Cheap Pass, Creep Pass. Und wieder ein Save. Das haben wir bestimmt schon 150% oder so. Bom, 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 bom. Bongo, trommel in the jungle, yeah. Gut. Tear, Tearway, Tobogun. Ah! Ah! I voice, was das für einer ist. Das ist doch mein absoluter Lieblingslevel, den ich auf Anhieb bis jetzt immer beim ersten Anlauf gepackt hab. Wer die Ironie da rausgehört hat, der ist echt toll. Ka! Tana! Yes! Genau so wollte ich's machen. Nee, du diesmal nett. Fitz! Fail! Fail! Was war denn das für eine Aktion wieder? Ja, 100 Bananen. Zack. Ich bin doch aber auf die Biene drauf gefahren. Ihr könnt euch auch nicht entscheiden, wann die Dinger sterben. Na, wie ich den Scheiß-Level schon auswendig kann. Halbzeit, so gut. Jetzt müsste's gleich kommen. Ja, klar. Ich hab schon wieder fast ein Leben gekriegt eben. Aber Halbzeit haben wir ja. Wow. Yes! Ha! Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Okay. Fair und ehrlich schnell gewonnen. Hoppala. So. Egal, mir fehlt hier nur noch einer. Einer. So. 39 DK-Münzen, Alter. Zwei. Da könnte ich wieder das brechen kriegen. Zwei? Achso, ja. Ja, zwei. Ich hab diesen Level vorhin schon gehasst, als ich ihn gemacht hab. Was heißt vorhin, vor ein paar Tagen. So. Da, da, da. Rechts war hier nur die Ding. Nur die Münze. Ja. Hätte mir ins Hauge gehen können, oben. So, da, da. Wollen wir mal. Also, eine hab ich hier gehabt. Ja. Wollen wir mal weiter. Oh Gott. Ich hab Rücken. Schnapper. Wo sind diese Fässer? Oh oh. Ich bin damals schon in dem Level so oft abgestürzt. Ob ich es schaffen, zwei Minuten die Münze zu finden? So, glaub ich nicht. Oh, mein Handy. Moment mal kurz, Leute. So, Leute. Ich bin eben nochmal gestorben nach dem Handy. Hab vergessen, auf weiterzumachen. So, jetzt sind wir nochmal wieder am Anfang. Wie ihr seht, ich bin alleine. Egal. So. So. Da ist es. Ich hab's gewusst, Alter. Eins fehlt noch. 15 Bananen, oder? Yo. Badadadad. Ja, geil. Wie assos ist das denn? Ja, klar. Macht's doch gleich außerhalb vom Bild. Ihr seid so Ratten. Alter. Ihr seid so Penner. Na geil. Okay, ich mach hier nochmal einen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute.